Es bleibt nicht viel Zeit. Größe. Was tun? Was tun? Ich repariere alles. Ganz ehrlich, ich sollte auch mal schreiben lernen, ne? Passiert. Dim, 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 ich muss wieder gucken, ob ich live bin, lieber Sessport, zeig es mir an. Ist immer so das gleiche Problem. Weil Hitbox hat manchmal so seine Tage und dann steht da immer offline, offline, steht da immer noch offline. Offline, 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 offline. Moment. Boah, ich kann immer noch nicht schreien. Ah, jetzt, jetzt zeigt es live an. Man, ist das mal eine Reaktion, ey. Boah, liebes Hitbox. Du solltest... Ja, ja, bei Hearthstone sowieso. So, die heutigen Quests sind... Also die von den letzten beiden Tagen ja immer noch. Und den Helden 100 Schaden zufügen, das ist ja auch schon mal... Das ist ja einfach. So. Droide. Also eins kann ich schon mal sagen, am Donnerstag wird es keins schweben geben, da bin ich abends nicht da. Malphurion gegen... Das steht schon fest. Lass die Jagd beginnen. Ich muss die Wildnis schützen. So, der Kernhund bleibt natürlich nicht. So, wir beginnen. Ja, komm. Nix? Okay. Ich werde es versuchen. Soll nicht mein Problem sein. Nervig. Nervig. Ich krieg den Ding, das Ding sonst alles nicht weg. Ich muss es ja bekämpfen. Irgendwie. Der hat hier mehr noch an, nebenüber, aber trotzdem. Was ist das? Was ist das? Ah ja. Das war's Fügt einem, gut BÄM Das war's Hm Dupe Karten Jetzt kommt die 6er Karte Das war's So Was machst du jetzt? Das war's 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 Ich hab' viel gemacht im ersten Zug Ich hab' ein Manakistall erhalten sequ youtube der die Der Ding hier Oh propio ich glaube wir gewinnen wir gewinnen bestimmt es bleibt nicht viel zeit größe ich repariere alles wenn ich eigentlich den helden schaden zu fügen muss wegen der west muss ja trotzdem irgendwie noch gewinnen ja aber es bringt hier gar nichts ja 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 du 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 Hm, also der Bot lebt noch. Auf in die Schlacht, Madden! Sie werden nicht wissen, wie Ihnen geschaut hat. Wie mir das alles nichts bringt hier. Es ist kein Mech auf dem Schlachtfeld. Wow, jetzt ist einer auf dem Schlachtfeld. Ein Mech-Bot rausbringen ist immer gut. Das ist ein Mech-Bot. Das ist ein Mech-Bot. Ich muss den da mal wegkriegen. Ich muss den da mal wegkriegen. Das ist ein Mech-Bot. 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 Und dann noch, boh, 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 boh So Vor allem der Kernhund, der, der hat nur 5 Leben, das ist irgendwie so, äh Eigentlich Dafür, dass er 7 Mana kostet Vor allem die gibt ihnen immer wieder Rüstung Lol Den bekomme ich auch nicht weg, wegen dem hier noch Aber den kriege ich auch nicht so einfach weg, ich muss ja immer erst den angreifen Was war's? So Nerv mich nicht Ich träume und die Welt erzittert 3 3 3 4 Ein Schuss, ein Halt Für die Welt Tschüss Für ein Masjata Kleid, der ist total unnütz Ich habe bereits angegriffen Wollen wir da denn immer noch einen? Egal Gibt es was zu tüfteln? Hab ich nicht verstanden Ah Da gibt's Coins Bisschen verspätet Ich meine Willen Ich habe ihn nicht verstanden Ich habe ihn nicht verstanden Traumkarte, was doch immer ne Traumkarte ist. So, jetzt hab ich einen mit Spott draußen, der eh gleich wieder weg ist. Übertreib nicht. Das war's. Tschüss. Tschüss. Normalerweise 4-12. Kommt ein Leben durch Panzerung und noch eins durch Panzerung. Aufwertifizierung wird innen. What? Verleiht euren anderen Dienern Wind-Sword-Sport oder Gottes-Schild. Zufällige Auswahl. Für die Wildnis. soll ich damit überschüssiges mana mich über eine karte ziehen der war auch doof das war auch doof